Warum ist x hoch 0 gleich 1? Bei der Potenzrechnung sind viele Schüler irritiert, dass irgendeine Zahl hoch 0 immer gleich 1 ist. Wie kann das sein, dass eine Zahl, die eigentlich nicht da ist, weil 5 hoch 0 heißt ja eigentlich, dass die 5 0 mal da ist oder 4 hoch 0 genauso, wie kann es also sein, dass eine Zahl, die gar nicht da ist, 1 ergeben kann? In diesem Video will ich euch zeigen, dass eine Zahl hoch 0 also tatsächlich gleich 1 ist und dass es auch so sein muss. Um zu zeigen, dass eine Zahl hoch 0 gleich 1 sein muss, muss man erstmal die Potenzregeln beherrschen. Diese Potenzregeln habe ich euch mal hier ganz kurz aufgeschrieben. Es ist also wichtig, dass wir verstehen, dass x hoch 4 mal x hoch 3 x hoch 7 ist, weil die Exponenten werden bei der Multiplikation von zwei Potenzen mit der gleichen Basis addiert. Also die Exponenten werden addiert, die Basis bleibt gleich und so ergibt also x hoch 4 mal x hoch 3 gleich x hoch 7. Die zweite Regel oder die wichtigere Regel, um jetzt diese Frage zu beantworten, ist diese Regel mit dem Geteilt. Wie teilt man zwei Potenzen, die die gleiche Basis haben? Und da funktioniert das also so ähnlich wie bei der Multiplikation, nur dass hier die Exponenten subtrahiert werden. Also die Hochzahlen werden voneinander abgezogen bei der Division und so ergibt x hoch 9 geteilt durch x hoch 5 x hoch 4, weil 9 minus 5, die Exponenten werden also voneinander abgezogen. So, ausgehend jetzt von dieser Geteiltregelung für Potenzen kann man jetzt nachweisen, dass irgendeine Zahl hoch 0 immer gleich 1 sein muss. Schauen wir uns mal dazu diese Rechnung 5 hoch 2 geteilt durch 5 hoch 2 an. Und wenn wir das ausführlich rechnen, dann können wir erstmal die Potenzen ausrechnen. 5 hoch 2 ist 25 geteilt durch 5 hoch 2 ist auch 25 und 25 geteilt durch 25 ist gleich 1. Da braucht man keinen Taschenrechner für. Jetzt rechnen wir mal mit den Potenzregeln diese Divisionsaufgabe. Und zwar 5 hoch 2 geteilt durch 5 hoch 2. Und wir haben ja gesagt, bei der Division werden die Exponenten voneinander abgezogen, so dass wir dann 5 hoch 0 haben. Und wir haben jetzt hier unten gesehen, dass diese Rechnung 5 hoch 2 geteilt durch 5 hoch 2, wenn man das ausführlich rechnet, indem man die Potenzen zuerst ausrechnet, 1 ergeben muss. Also ist auch 5 hoch 0 gleich 1. Also schauen wir uns mal noch ein anderes Beispiel an, und zwar mit 4 hoch 2 geteilt durch 4 hoch 2. Wir machen wieder als erstes die ausführliche Version, 4 hoch 2 ist 16, 16 geteilt durch 16 ergibt 1. Und als Potenzrechnung ergibt 4 hoch 2 geteilt durch 4 hoch 2 4 hoch 0, weil die Exponenten subtrahiert werden. Und 4 hoch 0 muss dann also 1 ergeben, damit diese Rechnung dann natürlich aufgeht, weil wie gesagt in der Langform ergibt das ja 1, also muss es in der Potenzform auch 1 ergeben. Im nächsten Beispiel nehmen wir eine andere Zahl der Exponenten. Hier haben wir also 3 hoch 3 geteilt durch 3 hoch 3. In der ausführlichen Version beim Ausrechnen der Potenzen ist 3 hoch 3 gleich 27. 27 geteilt durch 27 ist gleich 1. Und 3 hoch 3 geteilt durch 3 hoch 3 ist 3 hoch 0. Und auch hier sehen wir, dass 3 hoch 0 1 ergeben muss, weil diese Rechnung ja sonst keinen Sinn hat, denn 3 hoch 3 ist nur eine andere Schreibweise für 27. Und so haben wir also auch bei 3 hoch 0 ist gleich 1. Machen wir noch ein Beispiel. So, 2 hoch 4 geteilt durch 2 hoch 4. 2 hoch 4 ausgerechnet ist 16. Geteilt durch 16 muss 1 ergeben, also muss auch 2 hoch 4 geteilt durch 2 hoch 4 1 ergeben. Und wenn wir jetzt 2 hoch 4 minus 4 im Exponenten abziehen, haben wir 2 hoch 0. Und auch das ergibt 1. Und so kann man eigentlich alle Zahlen jetzt durchnehmen. Und wir sehen, dass eine Zahl hoch 0 immer eine 1 ergeben muss, weil sonst diese Rechnungen hier gar nicht aufgehen würden, sonst hätten wir hier einen Widerspruch. Die einzige Zahl hoch 0, die nicht definiert ist, ist die 0 selber. Also 0 hoch 0 ist nicht definiert. Das ist genauso, wie wenn man durch 0 teilen würde. Das ist also nicht gleich 1, das ist hier verkehrt. Diese Gleichung gibt es nicht. Danke fürs Zusehen.